Für Genuss steht auch Michael Dachow aus Klosterneuburg. Der Familienbetrieb in dritter Generation umfasst drei Backstuben in der Region Klosterneuburg mit insgesamt 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sauerteig ist eines der Markenzeichen der Bäckerei Dachow. Mein Name ist Michael Dachow, ich komme aus Klosterneuburg. Wir haben die Tabakstube seit 2012. Die Familie hat das schon in der dritten oder vierten Generation, ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ich bin dann im Endeffekt auf die Sache zurückgegangen, die für mich altbewährt und gut ist. Und das ist im Endeffekt das Brot, das wir bei uns im Betrieb schon seit Großvaterszeiten anbieten. Das ist das jetzt Friedrichbrot, das ist ein Mischbrot, ein Roggenmischbrot. Das ist Natursauerteig, das ist selbst bei uns immer angesetzt. Und das gibt mir den Geschmack, das gibt mir die Frischhaltung, das gibt mir die Verträglichkeit. Also da ist wirklich sehr, sehr viel Handarbeit drin. Jedes Brot wird mit der Hand ausgewogen, gewirkt. Und deswegen können wir, glaube ich, auch mit den Teigen besser fahren als andere. Brot kann sehr wohl reifen wie ein guter Wein. Und der Geschmack kann sich nach einem Tag viel besser im Brot verteilen, als sofort nach dem Rausnehmen vom Ofen.